Oh, Sam, dieses Let's Play werde ich niemals hochladen. Wozu machen wir das dann? Weiß ich nicht, wir müssen unsere Freizeit totschlagen. Hey, komm her, ich bin mit dir noch nicht fertig. Hier, nimm das auch noch, du Schlampe, du. Das war für Familie. Familie. Man wendet sich nicht gegen... Nein! Nein! Fail. Man wendet sich nicht gegen Koopa. Merke. Koopa bö... Böse. Nein, nein! Mehr Glück als Verstand. Aber ich bin trotzdem happy. Wenn der Hund nicht gleich zu Kläffen aufhört, dann kann ich nichts dagegen tun. Schmeiß ich meine Katze raus. Oh, meine Zeit wird knapp. Muss hetzen, muss hetzen. Jetzt Speedrun hier. Ich kenne ja das Level auswendig, deshalb kann ich ja Speedrun machen. Ja! Nein! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Komische Geräusche, die ich von... Was ist das? Mein Leben! Ich werde hier leben! Ich werde hier leben! Ich werde hier leben! Der pinke Pfeil! Kurs ist klar! Ich bin mit Yoshi baden gegangen! Ja, jetzt gehst du mit Yoshi baden! Pilz! Ah! Das geht ja unter! Voll gefährlich! So! Du musst schwimmen! Schwimmen, Ariel! Wie komme ich da wieder? Willkommen zu 10 Möglichkeiten, euren Yoshi zu töten! Möglichkeit 1 Lass ihn von einer Klippe fliegen! Möglichkeit 2 Lass ihn ertrinken! Möglichkeit 3 Lass ihn verhungern! Möglichkeit 4 Flambiert ihn mit einem Feuerball den Hintern! Wie viele hatte ich am Anfang angekündigt? Möglichkeit 5 Werft ihm Bowser zum Fraß vor! Du musst den Stern einsammeln! Sterne sind in Super Mario nie eine schlechte Idee! Geh doch einfach schwimmen! Du bist unbesiegbar! Du bist awesome! Achso! Du glitzerst! Du bist Edward! Ach du Scheiße! Du bist ein Maya Paya! Und du kannst Spikeballs töten! Wo war ich stehen geblieben? Möglichkeit 6 Lass Yoshi unsere Let's Plays schauen! Möglichkeit 7 Wir können ihn verhungern lassen! Diesen Punkt überlasse ich gerne Sonja! Weil sie so viel redet sonst! Ja! Ich muss mich grad... Konzentration Weißt du? Genau das! Ja! Man sieht's! Bei welchem Punkt sind wir denn? 7! 7! Ja! Punkt 7! Wir können ihn ertrinken... Ah! Ertrinken haben wir ja schon! Vermerk mal wie ich bei der Sache bin! So! Punkt 7! Wir können ihn verhungern lassen! Haben wir das auch schon? Ja! Das haben wir auch schon! Du hörst mir nie zu! Muss ich jetzt noch hoch springen? Ja! Gegen das Ding! Nein! Wenn du es warten wirst! Punkt 7! Wir können ihn gegen dieses Ding laufen lassen! Aber dann stirbt der ja nicht! Ja! Vielleicht der doch! Egal! Wir mögen Yoshi! Wir wollen ihn gar nicht umbringen! Wir sind doch lieb und brav! Natürlich darf das Schloss machen oder was? Ja! Iggy's Castle! Oh mein Gott! Nicht Iggy! Iggy? Wer ist Iggy? Ich hab keine Ahnung! Aber oh mein Gott! Nee! Mach den Kopf doch mal hoch! Das war ich nicht! Das war automatisch! Oh mein... Warte! Ja! Tz 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 tz! Oh ich darf klettern! Supi! Nananananananananananananananana! Spiderman! 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 Ah! Mario am Gitter ist nicht wirklich Mario! Es ist Spider-Man! Spiderman! Nein. Ich glaube Sprüche aus Family Guy, das merkt ja zum Glück kein Ei. Wow, war das ein geiler Reim. Geiler Reim. Fass mir doch an den Arsch. Geiler Reim! Wieso kick ich den Power-Schalter durch die Gegend, was hat er jetzt gebracht? Hm. Ja. Ich konnte doch auch irgendwie dagegen klopfen, oder nicht? Hier, klopf. Hiii? Nein! 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 Das kannst du ganz schnell vergessen, mein Freund. Klopf, klopf! Klopf, klopf! Wie? Das bedeutet jetzt nicht, dass ich das machen muss. Oh doch. Und wie das 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 da 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 das das bedeutet. Ja. Du bist Luigi, du bist sowieso viel cooler als Mario. Also, ich mach Luigi lieber. Press ab! Und die Kontro... Fuck you! Ich wollte die lustige Kokosmus-Box vorlesen. Und du hast mich nicht gelassen. Es tut mir so leid. Auf X oder Y, ich weiß nicht mehr welcher es war, kannst du klopfen. Versuch mal. Musst mal klopfen. Achso, klopfen. Klopf mal an. Da, hast du klopft. Gut gemacht. Super! Ganz durch. Super! Du hast den Powerschalter nicht. Der hat sowieso nichts gebracht. Lass ihn einfach. Lass ihn am Leben. Lass ihn Powerschalter sein. Dann halt nicht. Dann hör halt nicht auf mich. Ja, ist schon recht. Wie kann ich nur, gell? Was machst du denn? Achso. Ja! So läuft der Hase. Alles abstauben, was geht. Nein. Wir haben Zeitbegrenzung. Du brauchst jetzt zu viel Zeit. Genau. Ja, pass auf, genau auf diesem Feuerball. Jetzt schnell, oh mein Gott, back. Lauf, Lauf, Lauf. Kletter, 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 Kletter. Kletter, 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 Klett, Kletter, 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 Kbek. J. Volle in die Weichteile. Wie eine Frau. Hallo? Möchtest du denn nicht mal reingehen? Du bist so fett für die Tür. Du passt dich durch. Ähm, lauf. Lauf, 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 durch, durch. Jetzt musste ich ducken, glaube ich. Ja, genau. Kaboom. Kaboom. Fick. Lauf. Oh mein Gott. Wie kann man das so schlecht sein? Ich weiß es nicht. Es ist aber möglich. Wir haben den Beweis. Ja. Ich lache viel zu viel in diesem Let's Play. Das nervt mich persönlich etwas. Ich lache nicht so gern, weil ich stelle das Leben bis ernst. Wir sind freundlich und lustig. Das ist doch toll. Ich bin voll dagegen gesprungen. Butter, Butter, Stampfer. Morgen kommt der Dampfer. Übermorgen fährt er weg. Und du frisst Dreck. Kaboom. Na toll, mein schöner Pilz. Mein schöner Stoff. Dankeschön. Pff, pff, pff. Ich lebe. Ich lebe. Ich weiß nicht wie, aber ich lebe. Gut, dass du das machst. Ja, gut, dass ich einen Pilz habe, ne? Gut, dass ich ihn nicht nur einmal getroffen werden darf. Er schmeißt mit Feuerbällen. Ich springe voll rein. Ich meine, das war Absicht, damit Sonja das machen kann. Die ist da viel besser drin. Viel, viel besser. Was meinst du, wie wir geflamed werden? Ihr seid so schlecht. Ja. Nein. Oder wir werden gelobt. Ihr seid so gut. Wollt ihr meinen Mario-Hack spielen? Wir müssen nur 10 Shell-Jumps hintereinander machen. Was mache ich? Shell-Jumps. Das bedeutet, du schleuderst einen Koopa-Panzer irgendwo hin, springst dann auf ihn, um über das nächste Hinternest zu kommen. Genau so. Das war jetzt die Erschütterung, weißt du, dass er auf den Boden geschlangert hat und bist da zurückgerutscht. Ja, ich war gar nichts dafür. Oder der Boden war mit Duschgel geputzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie du meinst. Ich auch nicht. Aber die soll ganz komisch drauf sein. Die soll irgendwelche komischen Spiele kommentieren. Da. Zum Beispiel Mario, wer spielt denn schon sowas heutzutage noch? Ja. Voll schlecht. Ja. Voll schlecht. Ich hab nen... Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Ich hab... Ah, Schiss. 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 Ich hab vor dieser Stelle echt Angst. Lass mich durch. Lass mich da rein. Oh, ein Boss. Genau da wollte ich hin. Ja, und voll rein. Ist schon recht. Ja, ist klar, ne? Was muss ich eigentlich machen? Den Runter kicken, glaube ich. Na toll. Ich will nicht. Du machst das super. Ja, und wie. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, ich habe das Mikro gar nicht an und das ist alles für die Katze, was wir gerade machen. Es ist allein schon deshalb für die Katze, weil wir so failen, dass sich das niemand antun kann. Aber ist doch lustig. Ja, natürlich. Du brauchst den Pilz, dringend. Hier ist deine Hassstelle, da fällt es ja gern runter. Mach schneller. Jetzt musst du nur noch den Boss schaffen, das Schwierigste hast du geschafft. Kick ihn runter. Da. Keine Ahnung. Wenn du ihn immer in die andere Richtung kickst, dann wird er in der Mitte bleiben. Das bringt nichts. Du musst mich auf eine Richtung konzentrieren. Nein, nein, nein. Jetzt nicht drauf springen. Warte, bis er sich wieder dreht. Mir rutscht mein Headset vom Kopf, das ist lustig. Ja. Ich bin eh fisch. Du hast doch gesagt, du machst das super. Und glauben sie mir nicht mal. Luigi. Luigi, du hast es klar. Congratulations, Luigi. Und wir jagen das scheiß Ding einfach in die Luft. Thank you. Kaboom. BOMB. Mario ist defeated. Nein, das war Luigi. Die demented Iggy Cooper in Castle No. 1 und rescued Yoshis Freund, der noch in einem Egg ist. Together they now travel to Donutland. Nom nom nom. Donutland. Schaut, deshalb kriegt Luigi nie seine Spiele. Eigentlich macht der immer die Drecksarbeit. Ich weiß nicht, wie wir diese Sequenz wegschalten können. Und Mario erntet den Ruhm. Ja. Folder Pschieß. Donutplanes, continue and save. Habe ich jetzt schon gespeichert? Ich hoffe es nochmal. Wenn nicht, dann spielen wir das alles einfach nochmal im Offplay. Das war ja ganz einfach. Ja. Das war eigentlich. Sollte eigentlich auch einfach gewesen sein. Das ist nur das Problem, dass... Wir sind ja eigentlich noch ganz am Anfang, gell? Superschildkröten. Ah. Ne, wo kommen wir mit der Filze her? Schmeißen muss halt mal weg. Was ist das? Äh, es sieht nicht so freundlich aus. Au. Voll in die Superschildkröte. Aber es ist mir egal. Ich lasse mich nicht beirren. Ich gehe einfach weiter und hüpf in diese... Au. Ne, 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 ne. Nein, keine Baseball-Bälle. Baseball-Bälle heißen die so? Oder einfach nur Baseballs? Baseball-Bälle. Da brauchen wir nicht. Wir sind zu pro. Oh. Hier, hast du einen Pilz. Danke. Miu. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Ich wusste, dass es da reingeht. Mein Spidersense war hinliegen. Ich bin so oder so Super Mario. Jetzt bist du super, super. Wo bin ich denn eigentlich? Nein. Ich glaube, das war so nicht geplant. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Ähm, so nicht. Hallo? Nochmal, bitte. Also mit Anlauf jetzt. Super Mario. Das ist so nicht richtig. Wie ein Stein. Ja. Diese verdammten Spaghetti. Wie mache ich denn? Ich kann rückwärts fliegen. Und auf dem Bauch landen. Ja, wie ein Penguin. Ähm. Hä? Okay. Ich verstehe es überhaupt nicht, aber das macht nichts. Ich mache das super. Das ist ja sowieso ganz klar. Ist schon cool, wie wir uns vorher intensiv mit der Steuerung auseinandergesetzt haben. Ja. Ja, jetzt habe ich ein Leben gekriegt, mehr wollte ich gar nicht. Ich gehe jetzt hier weg. Das ist ja peinlich. Tschüss. Ähm. Ähm. So viel zu meinem dramatischen Abgang. Ähm. Die Mario-Höhle. Nanananananana. Mario. Mario. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich wenigstens auch hier fliegen. Sehr gut. Ähm. Ja. Das habe ich mir nur von dir abgeguckt. Du hast mich, äh, hast mir schlecht. Fang ihn! Da war doch gerade... Ich wollte eine Feder. Da war doch eine Feder. Ja. Geniales Let's Play. Skills 100%. Wenigstens, du darfst dann auch toll fliegen. Freu dich doch. Ja. Du darfst nicht toll fliegen. Episch. Ich liebe dieses Let's Play.